Also ich würde dir auch raten immer mal wieder deine aktuellen Rohstoffe zu überprüfen, somit erkennst du nämlich ob irgendwas rasant sinkt, also ob du irgendwo nachbessern musst. Wie meinst du aktuell? Einfach mal aufs Kontor oder auf so ein Warendepot klicken und dann siehst du ja deine ganzen Rohstoffe, die du hast und wenn du zum Beispiel nur 10 Tonnen Fisch hast, dann würde ich mal noch eine weitere Fischerei bauen, aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe noch 60 Tonnen Fisch. Dann fährst du jetzt mal ein bisschen weiter. Alter, das ist ja deine Insel. So, als nächstes ist dann Holz. Ich brauche 360 Eco Angestellte, um Biokost zu bauen. Für eine Werft war ja auch 360. Boah, Alter, also diese Werkzeugdingen dauert für ganz schön lang. Das läuft. So, jetzt da. Da kommen die Einwohner hin, dann baue ich jetzt hier noch. Dann expandieren wir mal. Oh, Trenchcoat ist da. Der liebe Trenchcoat ist dort. Ist hier. Oh, ja. Was ist mit dem? Das ist ein Heeler. Brauchen wir was denn das? Das ist halt sozusagen eigentlich ein Marktplatz. Ach so. Der verkauft dir Heelerware. Natürlich ganz legal. So, die Baumschule ist schon gebaut. Ja. Jetzt kommt das Sägewerk. Dann werde ich es noch einmal machen. Ach, da oben steht ja. Braucht das alles eine Straßenanbindung? Die Baumschule nicht. Sägewerk ja. Okay. Können wir uns doch mal leisten da oben. So, suchen wir uns kurz mal Jana. Kommt. Also rechts oben ist die. Ja. Rechts oben ist aber groß. Ja. Ziemlich rechts am Kartenrand. So fast so in die Ecke rein. Ja, da fahre ich gerade rum. Lokalisiere Insel. Ja, da ist eine Insel. Boah, die Musik macht dann ja depressiv, ey. Boah, ey. Ah, da unten ist er vorn. Das habe ich Leon auch noch gefunden. Ja, den habe ich bloß gesehen. Den habe ich noch nicht gefunden. Und dann blöder. So. So, na, na, dann. So, Straßenanbindung. So. Na, Jana, wo bist du denn? Zeige dich. Wo ist die genau? Ah, da ist sie. Ah, jetzt halt. Alles gefunden. Ich sehe ihr Kontor, aber ich habe sie noch nicht richtig entdeckt. Jetzt habe ich sie. Für die Lebensweise der Eko. Dass die fast direkt neben dem Thorn quartiert ist, ist ja auch ein Wunder. Die können sich nämlich aufs Verrecken nicht ausstehen. Ach so. Ja, natürlich, hallo, Eko gegen Tycoon, also das ist... Die einen für die Umwelt, die anderen, ja, beutet sich aus. Ich dachte, ich habe keine Ahnung. Dann kann ich das, hä? Ach so, Häuser kann man nur im Stadtzentrum bauen. Im Umkreis vom Stadtzentrum, ja. Aha. Früher bei 1.503 und so weiter ging es noch, war das noch anders. Da konntest du die Häuser überall hinsetzen, dann musstest du einzelne Marktstände bauen. Also für fast jedes, ähm, für jede Nahrungsgruppe was an, äh, einen eigenen Marktstand. Das waren halt dann teilweise irgendwie fünf, sechs Marktstände, die du extra bauen musstest immer. Das war echt scheiße, damals. Ja, aber ich kann jetzt, äh, kann ich jetzt noch im Stadtzentrum bauen? Ja, natürlich, du kannst unendlich viele bauen. Ja, aber momentan brauche ich eigentlich keinen. Ich könnte sogar ein hydroelektrisches Kraftwerk dann bauen, irgendwann mal. Was ist denn das? Das ist, ja, eigentlich ein Staudamm. Der produziert Energie. Hast du einen Wasserfall oder was? Nee, aber ich hab, ähm, ich hab so'n, so'n Reservoir, also so'n, ja, so'n Ding, so'n, das wird dann im, äh, im Spiel wird das ganze Wasser dann aufgestaut. Das ist jetzt noch nicht da, aber das wird dann irgendwann aufgestaut. Aha, okay. Und... Das muss man erst erforschen und dann bauen und das ist ganz, ganz große Zukunftsmusik. So, wo setzen wir den denn jetzt mal hin? Setzen wir jetzt mal... hier hin. Der Sohn zu helfen, die in Seenot geraten sind. Betriebsunfall. Du, ähm, die drei Schriftbrüche geh. Willst du's du machen? Das ist mir wurscht. Ja, mach mal du. Ich fahr jetzt eh zum, zum Trenchcoat und kauf was. Ist ja ewig weit zum Fahren. Ja, du kriegst auch 2400 Credits, also... Geil. Von neuer, beschwere dich mal nicht. Was halt mit den Ecos nicht so gut geht, was mit den Tycoons richtig gut geht, ist halt Handeln. Du kriegst, also wenn du Tycoon spielst und halt wirklich, ähm, fast... Ja, auf der höchsten Stufe ausgebaut hast alles und so weiter, dann kannst du ganz so später richtig gut handeln. Also, die produzieren richtig teure Sachen später. Das geht mit den Ecos nicht so gut. Okay. Aber die Ecos, finde ich, sind einfacher aufzubauen, als die Tycoons. Oh. Keine Ahnung. Jetzt kommt ein Werkzeug, werden wir uns nur noch haben. Hier. Ein Werkzeug. Na, komm. Jetzt halt endlich. So, kurz nach Straße. Dann habe ich meine Basaltproduktion verstärkt. So, fangen wir kurz hier hoch, damit das ganze Gebiet hier entdeckt wird. Oder erkundet wird. Dann... Muss mal noch kurz dahinter, aber jetzt kaufen wir erstmal ein Trenchcoat was ein. Na los! Und was haben wir hier denn? Da, Eskalationsinterface. Warten wir uns mal. Guter Deal. Gefällt mir. Gefällt mir. So, äh, den Salmon Devi haben wir noch nicht gefunden. Das ist so ein Forscher. Der hat auch eine Arche hier irgendwo. So. Und später unter Wasser gibt es noch den... Gott, wie hieß er? Ich... Keine Ahnung. Ich glaube Hiroshi irgendwas. Wie ist der Typ? Das ist auch noch so ein Unterseeforscher. Den gibt es später noch. So. So. Wie schaut es aus? Zweite Werkzeug-Korruption, hm? Drei Energie. So. Drei Energie. Drei Energie. Schaut es grad ziemlich schlecht aus. So. Insel-Koordinaten. Wo kann ich da jetzt jemanden retten? Du musst du den Koordinaten vornen. Achso, das ist da unten. Achso. Hoppala. Bist du zum... Ich bin zu dem Typen da hoch geworden. Ich fand den sehr sympathisch da. Oh, besiedelte Insel. Ich glaube ich habe den Leon gefunden. Die da links unten. Jaja. Oder glauben Sie, Sie könnten mir nichts, dir nichts bei Green Offensive hereinschneiden? Neue Insel geortet. Die Zonen-Maker mieten. Brauchte die nur Zonen-Maker nicht mieten. Sollte ich jetzt die Öko-Bilanz von der scheiß Insel verbessern? So. So. Dann fahren wir jetzt halt wieder hoch. Entdecken den ganzen Scheiß hier mal. So. Was macht meine Holzproduktion? Eine in den Kinderschuhen. Aha. Wie viel Holz hast du gebaut? Ich habe erstmal eine gebaut. Ja, ich auch. Ich werde da jetzt wahrscheinlich eine zweite nachsetzen, weil wir die später auf jeden Fall brauchen werden. Holzproduktion oder Holzanbau? Holzproduktion. Baumschule habe ich bisher bloß eine, aber ich setze die halt gleich daneben immer. Nehmen die Baumschule, also das reicht hoffentlich. Hat eigentlich bisher immer gereicht. Na, guck mal. Da wird alles schön aufgelegt hier. Ja, aber das Sägewerk wird schon von der Baumschule beliefert, oder? Nein, das Sägewerk, wenn du da ganz genau hinschaust, kommt aus dem Sägewerk, kommen solche Roboter raus, die schneiden die Bäume durch und gehen dann zurück zu ihrem Sägewerk. Und was macht dann die Baumschule? Die Baumschule lässt die Bäume wachsen, also die pflanzen immer welche neu an. Also muss ich die Sägewerk in den Bereich von der Baumschule bauen? Ja. Das ist natürlich sinnvoll. Ja, weil sonst sind die Bäume irgendwann weg. Gut zu wissen. Ja. So, dann hätten wir eigentlich die linke Seite der Karte fast abgegrast. Und hier ist der Devi schon mal nicht. So, wo ist jetzt das Komische? Das Komische? Da ist der Betriebsanfall. Die sind aber weit geschwommen. Ja. Ja, das... Und wohin jetzt mit dem? Die muss jetzt zum Kontor bringen. Zu meinem? Nein, vom Thorn. Also zu dieser Eiche halt. Ah, da wo ich vorhin auch gefahren bin. Ja, genau. Die sind aber weit geschwommen, du leck mich am Arsch. Die sind schon eine Zeit lang unterwegs. So, da könnten wir eigentlich wieder welche aufstellen lassen. Theoretisch. So. Ein Werkzeug fehlt. Der Kunde hat hier schon so. Ich bräuchte dann bald mal auch eine Insel mit Reis und Dingen. Wahrscheinlich die hier. Das ist euch mit der Zugepärs. Wow! Und ich gucke dich!